Hallo zusammen! Polter hat ein Problem mit seiner Radaufhängung. Ein Dreher in Streckenabschnitt 2. Achte auf die gelben Flaggen. Polter hat sich seinen Heckflügel abgerissen. Polter ist aus dem Rennen. Seine Radaufhängung ist gebrauchen. Jordan steht an der Box bereit. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es ist Achter, direkt vor dir. Du bist jetzt Neunter. Alonso! Hat die Führung übernommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Führung übernommen. Ist jetzt Vierter, direkt vor dir. Du bist jetzt Fünfter. Das ist die letzte Runde, nicht anhalten! Fünfter Hat sich an die Spitze vorgearbeitet. Fünfter Wachen Wachen Du hast gewonnen, gut gemacht. Schumacher wurde zweiter. So, das Rennen ist vorbei. Sehen wir.